Bubble Tea Hotpot? Kennt ihr nicht? Kannte ich auch nicht, aber es ist super lustig, vor allen Dingen, wenn ihr ein paar Freunde dabei habt und dann bestellt ihr euch einfach diesen riesigen Top Bubble Tea und da schüttet ihr dann alle möglichen Toppings rein, wie Früchte und Boba, dann schöpft ihr das raus und enjoy!